Wir schmeißen schon zusammen. Also wenn wir einkaufen gehen, okay, da machen wir immer Hälfte, Hälfte und schmeißen es aber nachher trotzdem wieder in einen Topf rein. Also dass wir das dann mit zwei Bonds haben zwar, dass wir sehen, okay, das hat Olaf jetzt ausgegeben, das habe ich ausgegeben. So ganz ist die neue Sparmaßnahme noch nicht aufgegangen. Zwischendurch leige ich mir auch mal bei meiner Oma Geld, was mir zwar immer schwerfällt, aber sie tut es dann auch. Und das mache ich mit meiner Oma dann immer wieder so, dass ich ihr dann was gebe, wenn sie was braucht oder wenn sie Eier braucht und ich habe noch genug Eier, dass ich die so vorbeibringe. Also meine Oma hilft uns viel und meine Oma ist mir auch sehr wichtig vor all dem. Doch die finanzielle Situation der beiden durfte sich schnell verbessern, da Olaf übermorgen seinen Job im Lager für Feuerwerkskörper beginnt.